Allmuth zeichnet sich dadurch aus, dass es auch ganz besonderes Kunsthandwerk und Handwerkskunst zeigt. Ich bin in den Steiermark geheiratet, bin in den Steiermark gezogen und auch dort ein ganz neues Feld. Und die Leute sind begeistert. 30 Jahre baue ich jetzt Instrumente. Ich bin 1984, habe ich meinen Meister gemacht als Geigenbauer und seitdem baue ich Instrumente. Das Empfinden, ach, das klingt ja wie ein Didgeridoo und sind dann ganz überrascht, dass es ein ganz anderes Instrument ist. Spaß daran hat. Jeder, der Lust hat, Rilleier zu spielen und das Geld hat, dann kann und kauft sich eine Rilleier. Also wer kauft eine Gitarre? Wer sind die Käufer einer Gitarre? Das sind Leute, die Konzert steben, das sind Leute, die einfach für sich ein bisschen Freude haben am Spielen. Das sind Leute, die in der Gruppe spielen und bei einer Trilleier ist das nicht anders. Ich biete so Baukurse an, wo man eine Woche bei mir in der Werkstatt ist und dann so eine Trilleier unter Anleitung selber bauen kann. Und das wird sehr oft auch gemacht. Und den kann jeder spielen, so ein Tudelsack. Also einfach nur, man braucht nicht viel Druck, aber man lernt, dass ich mit der Luft im Sack einen Ton erzeuge und nicht durch das direkte Blasen an das Instrument. Das ist aufgeben, dass ich mit der Luft im Sack einen Ton